Hallo, das ist die neue Poljot International Globetrotter Skeleton Watch. Das ist die neue Poljot International Globetrotter Skelettuhr. With sapphire crystal, crystal bag and very special grey dial. Das Besondere an dieser Uhr ist vor allem das ungewöhnliche graue Zifferblatt. And this is how it works. Here is the day and night indicator. Das ist die Tag- und Nachtanzeige. So you can see the moon at night or the sun on the day. Und hier ist die zweite Zeitzone. This is the second time indicator. And it works like this. If you turn back the hands backwards, wenn man die Zeiger rückwärts dreht, then the hour hand stops here and you can set the time separately. Dann bleibt die Zeit unten stehen, die Stunde, und man kann eine zweite Zeitzone einstellen. For example, like this. So this is a very nice new skeleton watch with grey dial, special strap and 43 diameter and limited to 300 pieces only. Limitiert auf nur 300 Stück mit besonders blau abgestepptem Lederband. Wind. So. Wind.